Und weiter geht's bei Smashing Das Passwort war Z-Haus Yo Z-Haus, MOTHERFUCKER Das war das Level, genau Ah ja, diese Teleporter da, das ist glaube ich ein leichtes Level Ach, schade, dass wir das jetzt nicht kriegen Bis Level spiele ich eigentlich, ich mach's mal bis Level 45 Also fertig, ich will's jetzt fertig machen, genau Ja, die kann man ja leicht wieder nach oben bringen Da alle hier irgendwo raus können Immer, bleib's da oben Wobei Hehehe Der Cage, der Käfig Oh Gott nein, ich will so Umwandlungsdinger Ich mag die nicht Okay, jetzt kriegen wir das Teil, das... Oh, 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 zwei Sprenge Nein Ach, komm schon Ach, oben Hä? Wo kommt das jetzt her? Iglu Hey, ey, das sieht ja gut aus So, und an der Stelle möchte ich meinen Einen ersten Abonnenten einen schönen Gruß wünschen zum Geburtstag Weil er noch heute Geburtstag hat, hehehe Äh, ja, er heißt SuperTommyCore1 Und war der erste Abonnent den ich habe Ja Ja Hm, ihr habt bestimmt auch ein paar Abonnenten Da habt ihr wahrscheinlich auch Euren ersten Abonnenten Gesagt, irgendwas Freundliches gesagt oder so, keine Ahnung Also, wäre schön, wenn du mal sowas machen würdest Falls ihr das noch nicht gemacht habt Wäre das eine schöne Geste, wenn ihr sowas macht Naja Okay, zurück zum Spiel Das hätten wir jetzt fast geschafft 19 Bricks sind's noch Aaaaah Her mit dem Pet Jawohl Mit dem bigger Pet Was ist größer als ein iPad? Ein iPad 2 Ha 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 Nicht witzig Hehehe Okay, äh Reden wir über was, ne? Äh Damit die Zeit ein bisschen flotz vergeht Also ich habe ja bei Steam schon fast Ja, da habe ich mir Also bei Steam kennst ihr ja Diese Game Ähm Diese Game-Dings da, äh Software, wo man sich Spiele runterladen kann Kostenpflichtig, ähm Finde ich eigentlich recht gut Bloß die Spiele sind recht teuer Aber Was ich an Steam gut finde Man kriegt's direkt Und muss nicht in irgendein Geschäft gehen und so Also das finde ich ziemlich cool Ich habe mir dadurch Ich habe mir schon fünf Spiele geholt Oder vielleicht sogar mehr Das sind auch manchmal so Aktionen Äh Das sind Äh Günstigere Preise Ja Und dass man es gleich runterladen kann Das finde ich echt Nice Ja Also falls ihr mich adden wollt In Steam Ich heiße Yanka Kakimoto Ja, äh Äh Falls du den Namen jetzt Ähm Schreiben könnt Dann tippt sie Dann tippt sie Dann schaut sie einfach auf meinem Kanal Da steht da in der Im Vorschläge drin Der Name Und dann Coole Idee Und dann könnt ihr da drauf klicken Und dann seht ihr den Den Namen Oh, der sieht aus wie ein Herz Süß Wah Bam Bam Alter Schwede Okay, wir haben jetzt zwar Die zwei Bälle wieder verloren Aber da haben wir jetzt ein großes Pad Und ein neues Leben Okay Wah 6k Yo Hier ist 6k Das wäre ein geiler Rapper Name 6k Hehehe 6k in der Haus Motherfucker Hier ist 6k Beat Mother Ich ficke jeden Oh, oh, oh 6k Yeah Hehehe Oder gibts 1k 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 Ich ficke jeden mit 1k Hehehe Ein bisschen Spaß muss sein Jaja Ach Diese Metall Umwandlungsteile regen mich auf Eieiei Oh, ich muss mich ganz kurz am Rücken kratzen Naja Das ist einfach ultimatives Multitasking Ultimatives Multitasking Hehehe Ja Jetzt sind es noch zwei Beschissene Ein beschissenes Teil Mist Warum passiert mir das immer wenn So wenig Steine noch da sind? Weil ich dann Leistungsfehler mache Ich glaube dann werde ich übermütig und so Naja Ja Yeah Double Bira Level 40 Eieiei, haben wir jetzt 5 Level in wieviel Minuten gemacht? 7 glaube ich Oh mein Gott Und Powerball Jetzt läuft ja wie geschmiert das Spiel Ich denke vor 5 Parts oder so Das war ja ein Albtraum, aber jetzt bockst ich es richtig War doch kein Fehler das zuletzt playen Und jetzt mal eine Schräglage Noch eine Ah, schade Okay, das ist sogar noch besser So, jetzt bleiben wir so stehen Nein, bleiben wir nicht Scheiße Wie viel Bricks sind es noch? 14 13 12 Ach, schade Oioioi 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 Naja immerhin Kriegen wir das Leben wieder Ah Jeez Yeah, ist noch dieses missgebotenteil Warum sag ich eigentlich immer missgebotenteil? Das habe ich auch South Park, glaube ich Der Mr. Garrison, wo er diese Evolution da erklärt Das war, glaube ich, die Folge mit Äh, das war die Folge Gottes Tod, glaube ich Na naaa Level 41 Sieht aus wie eine Banane Wah Die sind aber mies platziert Boah, das wäre mies platziert, wenn da unten welche wären Die würde man sofort geben, aber beim ersten Versuch sein, wenn man da nicht aufpasst Ah, jetzt haben wir wieder den Powerball Das ist nice Ach, diese Teile können mich nicht verarschen Woah, da ist eins Das ist Spaß Ding Mist Ja, da kriegt man das Leben wieder Wir kriegen immer ein neues Leben, wenn meins verlieren Das ist ja nice So Ah Hm, ich habe dann neben bei mir so einen Teller Mit Essen Werde ich auch Dann gleich essen Hehehehe Hehehe Okay, den Teller werde ich natürlich nicht essen Ich meine, das Essen werde ich essen Kevin isst da sein Essen in Essen Hahaha Witzig Nein, natürlich nicht Savage Randy Savage Da ist doch so ein Wrestler, der heißt Randy Savage oder so Keine Ahnung Sieht aus wie so ein Käfer Ja, so ein Käfer, das sind die Zangen Und das ist, das Das ist sein Körper Ja Yo, hier ist wieder 6k 6k is back Oh man Nein Obwohl, der ist ja eh schon schnell Also kann mir das egal sein Ha, perfekt abgewehrt Äh, selbst was versuch Durch den Ball Ach, bin ich blöd Mein Gott, ich geh da weg Ich bin so blöd Ich bin so blöd B-L-Ö-T Hahaha Hahaha Oh man, das könnte ätzend werden, diese zwei hier wegzukriegen So Momentan spiele ich Worms auf Steam Worms Ultimate Mayhem, das ist gestern rausgekommen Ich habe es mir vorbestellt, zwar ist ein bisschen günstiger in Euro oder 2 Wenn man es sich vorbestellt Wenn man es sich vorbestellt Und ich wollte mir eh mal einen Balten Worms kaufen Äh, da habe ich es mir gleich vorbestellt, also Ist echt ein witziges Spiel, die Worms Das sind auch lustige Dialoge und es ist auch recht witzig, wie die mit den Waffen umgehen Und wenn man zum Beispiel direkt vor einem Wurm Tee einen Tee platziert, dann versucht der andere Wurm Äh, das ist auszublasen, verzweifelt Obwohl das eh in die Luft geht, das ist also So witzig Ja Aber nix für Tierliebhaber Oh man, ich wusste, dass es so rausläuft, dass diese zwei noch übrig sind Jetzt müssen wir diesen Ball und diese, diese Kappe da kriegen oder wie auch immer Das auch so ein Ding ist Halt Scheiße Bleib stehen Oh Gott Oh Gott Das kann lange dauern Okay Äh Halt, nein, bleib da Bleib Hier Nein, oh, ich dachte schon, ich verliere Ach komm schon Hurra Vielleicht kommt die Ankaka Kimoto, wenn es noch weiter so zwei Stunden dauert Ach, so knapp Wir müssen den Ball erstmal anhalten Nein Nein, nicht so Nein, nicht so Nein, nicht so Ach, jetzt Ist zwar eine Äh, komische Art Ach komm Scheiße, das ist unser letzter Leben glaube ich Alter Kann man den nicht mitnehmen, den Ball Kann man den nicht mitnehmen, den Ball? Nein, geht nicht Oh man, oh man, oh man Ne Ich wusste, dass das passiert Ich kann hell sehen Savage Randy Savage Geht Geht Jetzt war dann mein Fuß im Weg Weil ich hab den Fuß auf meinem Schreibtisch Reine Gemütlichkeit her Bis zum nächsten Mal